Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Bitcoin-Betrüger ergaunert tausende Euro von 63-jähriger Dame. Der Betrüger behauptete, dass man mit dem Geld der 63-Jährigen an der Börse einen Betrag von 97.000 Euro in Bitcoins erwirtschaftet habe. Ein Betrüger meldete sich bei der Frau aus Ludwigsburg und behauptete, dass man an der Börse mit ihrem Geld einen Betrag von 97.000 Euro in Bitcoins erwirtschaftet habe. Um dies zu erhalten, müsste sie erst einen anteiligen Betrag überweisen. So hatten wir das hier natürlich auch schon am Telefon, nur nicht mit so hohen Beträgen. Ein bislang unbekannter Betrüger hat eine 63-jährige ältere Dame aus Ludwigsburg um mehrere tausend Euro gebracht. Oder der Unbekannte täuschte am Telefon einen Bitcoin-Gewinn vor. Das heißt, der Betrüger, der ruft bei euch an, sagt, man hätte angeblich schon mal was investiert, egal ob man was investiert hat oder nicht. In manchen Fällen trifft das ja tatsächlich sogar zu, dass man 250 Euro oder mehr irgendwo mal versenkt hat und die Firma sich nie wieder gemeldet hat. Hier greifen oder hier setzen die Betrüger dann einfach ein und spielen das Schauspiel vor, dass man hier angeblich dicke Gewinne gemacht hat. In diesem Fall sind es hier 97.000 Euro in Bitcoins. Nur den Tatsachen entspricht das auf keinen Fall. Das Ganze ist nichts anderes als eine Lüge. Und zu enttarnen ist das Ganze dabei, dass man das Geld nur bekommt, wenn man dann auch erst wieder was überweist. Meistens wollen sie so bummelig tausend Euro auf einmal nochmal haben, angeblich irgendwelche Gebühren, damit man sich dann seine angeblichen 97.000 Euro auszahlen kann. Würde also ein Gewinn von 96.000 Euro in Bitcoins machen. Dass das natürlich nicht den Tatsachen entspricht, das wissen wir hier auf diesem Kanal. Die Polizei meldet, die 63-jährige Dame hat einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Börsenaufsicht erhalten. In dem Gespräch wurde ihr vorgegaukelt, dass man mit ihrem Gewinn an der Börse spekuliert und dabei einen Betrag von 97.000 Euro in Bitcoins erwirtschaftet hat. Genauso haben wir das hier auch schon mehrfach am Telefon gehabt, nur nicht so hohe Beträge. Um den Gewinn zu erhalten, müsste die Dame allerdings zuerst einen anteiligen Betrag überweisen. Dieser Aufforderung kam die arglose 63-Jährige nach und überwies den Betrag in zwei Raten von jeweils mehreren tausend Euro. Danach brach der Unbekannte einfach den Kontakt ab und war nicht mehr zu erreichen. Das ist ein Newsbeitrag gewesen aus einer Zeitung. Und ja, so kommt das tatsächlich leider häufig vor. Wenn man angeblich 97.000 Euro gewonnen hat, da freut sich jeder in der Regel. Tja, das Problem ist, dass man hier einfach nicht so leichtgläubig sein darf und dann bei der Geschichte eben anspringt und dann auch noch Geld überweist, um Geld zu erhalten. Das macht rein logisch keinen Sinn. Wenn ich Geld angeblich bei der Börse oder wo auch immer erwirtschaftet habe, könnte man ja theoretisch irgendwelche angeblich anfallenden Gebühren einfach abziehen. Ja, nur irgendwie, aus irgendwelchen Gründen ist das oftmals nicht möglich. Und wenn das nicht möglich ist, das Geld direkt von dem angeblich erwirtschafteten Betrag abzuziehen, sollte man auf keinen Fall irgendwelche Gebührgelder oder warum auch immer irgendwelche Gelder an irgendwelche Firmen überweisen. Denn eins ist klar, das Geld, das ist in solchen Fällen einfach weg. Wie wir hier in den Videos schon gelernt haben, die Telefonnummern dieser Betrüger sind meistens gespooft. Das bedeutet, die Telefonnummer ist nicht echt, mit der die Betrüger anrufen. Das heißt, da könnte zum Beispiel die 110 direkt sogar im Display stehen. Wenn man die zurückruft, kommt man natürlich bei der echten 110 raus, ihr wurdet aber damit nicht angerufen. Genauso kann man das auch mit allen anderen Telefonnummern tun. Manchmal ist es sogar so, dass man einfach gar keinen erreicht unter der Telefonnummer, die im Display angezeigt wird und die Rufnummer nicht vergeben ist. Also wenn man einfach mal auf Wahlwiederholungen geht, dann bekommt man die Durchsage, der angerufene Teilnehmer existiert gar nicht. Tja, und das machen sich die Betrüger eben zu Nutzen, dass man sie nicht rausfinden und rausfiltern kann, woher die kommen. Die Webseiten, die sind ja meistens auch absoluter Fake oder schlichtweg sogar teilweise gar nicht vorhanden. Man schickt euch Links für irgendwelche Zahlungsanbieter, wo man direkt überweisen soll und das Geld landet dann auf irgendwelche Kryptowallets. Damit ist das Geld nicht mehr nachvollziehbar weg. Natürlich nicht ganz weg. Irgendjemand anderes hat das Geld und kauft sich irgendetwas Schönes davon. Aber naja, es bringt am Ende euch dann nichts mehr. Wenn das Geld weg ist, ist es weg. Ich hoffe, dass ich mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine dieser Maschen hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Umfeld mit euren Chats in WhatsApp, Twitter, Telegram, was ihr da so alles habt. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf das letzte Video aus der Playlist oder schau dir gerne gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!